Vor einigen Wochen hatte ich Besuch von einer Bekannten, die in der Krankenpflege arbeitete. Und sie erzählte davon, dass am gleichen Tag sie eine ältere Dame als Patientin aufgenommen hat. Und gerade als sie das Zimmer verlassen wollte, fragte sie, und jetzt bekomme ich noch von Ihnen den WLAN-Schlüssel? Ich möchte ja up-to-date bleiben und in Kontakt mit meinen Enkeln und heute Abend ein bisschen skypen. Digital und sozial. Das muss ich überhaupt nicht widersprechen, sondern das kann sich ergänzen. Und in diesem Jahr mit unserem Sonnenscheinpreis möchten wir solche Initiativen wertschätzen und auch auszeichnen. Überall dort, wo Menschen sich ehrenamtlich engagieren, um Berührungsängste abzubauen, um christliche Botschaften digital aufzubereiten, all die sind uns herzlich willkommen. Und dafür brauchen wir Sie und Euch. Schreibt uns, schreiben Sie uns, wenn Sie von solchen ehrenamtlichen Initiativen wissen. Und dann freuen wir uns, wenn wir die, die sich dort engagieren, beim Sonnenscheinpreis auszeichnen dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank.